Quicks Repair It Yourself Beim Einparken nicht aufgepasst und den Bordstein geküsst, das kann jedem passieren. Aber wir können dir helfen. Mit dem Quicks Felgen Reparaturset kannst du einfach und günstig kaputte Felgen selbst reparieren. Und das ohne teuren Werkstattbesuch. Mit dem Do-It-Yourself-Set von Quicks. Du kannst das Rad dazu abmontieren, musst du aber nicht. So einfach geht's. Zunächst reinige die Felge gründlich mit einem Felgenreiniger. Du kannst die Stelle sauber ablegen. Dann mit dem grauen Schleifpapier die beschädigte Stelle vorschleifen. Anschließend noch einmal reinigen und trocknen. Jetzt rein in die Handschuhe. Die passende Menge Flüssigaluminium abschneiden und den Rest wieder in die Dose packen. Gut eine Minute kneten, bis eine graue Kugel entsteht. Nun modelliere die passende Menge Füllmaterial auf die beschädigte Stelle, bis es annähernd die gleiche Kontur wie die Felge hat. Du kannst mit den Händen oder mit einem Messer arbeiten. Zuerst mit dem gelben Hunderter Papier schleifen, bis sich die aufgefüllte Stelle in der ursprünglichen Form der Felge befindet. Jetzt mit dem 600er nachschleifen, bis es sich glatt anfühlt. Nun das graue 600er Papier mit Wasser befeuchten. Und damit eine zweite Runde drehen. Perfekt. Schon jetzt siehst du den Unterschied. Jetzt den Lack eine Minute gut schütteln. Und los geht's mit dem Lackieren. Gleichmäßig eine Schicht nach der anderen. Anschließend zwei bis drei Stunden trocknen lassen. Fertig. Den Lackiervorgang gegebenenfalls wiederholen. Professionelle Ergebnisse für kleines Geld und das unschlagbare Gefühl, es selbst gemacht zu haben. Wir helfen dir auch bei anderen Reparaturen. Schau selbst. Quix. Repair it yourself.